Es ist richtig und notwendig, auch als neutrales Land, das wehrhaft ist, Herr Kickl. Sie, so wie ich, haben den Eid auf unsere Verfassung abgelegt. Und beide waren wir beim österreichischen Bundesheer. Wir waren auch bereit, auch dafür zu kämpfen. Und ich halte das für mehr als richtig und wichtig. Und das kann man nicht nur darüber reden, sondern man muss auch etwas dafür tun. Man muss auch investieren und man muss in den Schutz der Österreicherinnen und Österreicher investieren. Das ist ja genau das, was die Politik eben auch von Herbert Kickl kennzeichnet. Er steht am Spielfeldrand, er beurteilt parteipolitisch, was ihm nutzt. Das ist die Angst verstärken und muss aber selbst keine Verantwortung übernehmen, so wie ich als Bundeskanzler für 9 Millionen Menschen in diesem Land. Wir haben die illegalen Grenzübertritte zwischen Ungarn und Österreich um 97 Prozent reduziert. Das ist einerseits durch polizeiliche Kooperation gelungen, aber andererseits auch durch konsequentes Vorgehen der Polizeibehörde. Wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, dass mehr investiert wird in Österreich. Das heißt eben deshalb ist im Österreichplan von mir auch drinnen, dass wir die Lohnnebenkosten senken, die Überstundenbesteuerung abschaffen, Wirtschaften möglich machen, Freiräume schaffen. Das war das Wundervolle, unterstützt übernehmen. Auch das war die Koch-VAge. Und das war die